Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Folge von anti-bio.tv. Die Welt befindet sich im Bann der Digitalisierung oder doch eher in ihrem Würgegriff. Die Frage, wie man auch immer diese Frage beantwortet, es steht auf jeden Fall fest, dass digitale Innovationen derzeit unserer Gesellschaft gehörig durcheinanderwirbeln. Facebook, das im letzten Jahr die eine Milliarde Nutzergrenze durchbrochen hat, steht vielleicht exemplarisch für eine solche digitale Innovation. Und trotzdem ist Facebook eigentlich schon wieder ein altes Phänomen. Die Social Networks, dazu gehört ja Facebook, wurden längst irgendwo abgelöst, beziehungsweise es gibt neue Phänomene wie zum Beispiel Tinder, wie zum Beispiel Uber, die unseren Alltag durchaus verändern. Mein heutiger Gesprächspartner, Prof. Dr. Ludwig Hinkhofer, seines Zeichens Studiendekan für Medien- und Kommunikationsmanagement sowie für digitales Management an der Hochschule Fresenius München, hat sich vor kurzem mit diesen ganzen neuen digitalen Innovationen auseinandergesetzt, hat da einen Vortrag gehalten und unter anderem über diesen Vortrag möchte ich heute mit ihm sprechen. Herr Prof. Hinkhofer, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Fangen wir an mit diesem Vortrag, der hat stattgefunden letztes Jahr auf den Münchner Medientagen. Sie haben da einige zentrale digitale Trends der Gegenwart aufgezählt. Welche sind das denn? Ja, da gibt es viele und ich habe natürlich auch nur exemplarisch, sage ich mal, sechs rausgegriffen, die auf jeden Fall ganz oben mit dabei sind. Zuvorderst würde ich mal Share Economy nennen und wenn man ein Beispiel sucht, Sie haben vorhin bereits zwei genannt, Tinder, Uber, funktioniert nur, weil Menschen bereit sind zu sharen, zu Netzwerk zu betreiben. Es dafür Online-Plattformen gibt, das heißt Share Economy, ist schon ein Hinweis darauf, welche Bedeutung das bekommen hat, wenn man sogar von Ökonomie spricht. Ja, prominente Beispiele sind Airbnb, dass also Menschen ihre Wohnungen privat vermieten, dass man sie mieten kann und das im Prinzip in allen größeren Städten weltweit inzwischen. Ein gigantisches Netzwerk ist entstanden, viel Erfahrung in der Nutzung von Airbnb gibt es inzwischen auch oder DriveNow, dass man eben Wägen teilt, wenn man so will, wenngleich natürlich ein gut funktionierendes Geschäftsmodell dahinter steht. Also die Share Economy ist sicher ein Trend, ein weiterer dürfte 3D-Druck sein, wenngleich zum Beispiel der 3D-Druck vielleicht für manche schon gar nicht mehr so als Trend wahrgenommen wird, denn die 3D-Drucker gibt es schon zu Preisen, dass man sie im Haushalt hat. Nichtsdestotrotz schreitet hier die Entwicklung gerade jetzt erst so richtig voran. Aktuell sind die Ergebnisse schon sehr gut, wenn man zum Beispiel sich selber seinen ganzen Körper einscannen lassen möchte. Das klappt natürlich dann nur bei entsprechenden Agenturen, Produktionsunternehmen und am Ende hat man sozusagen eine Miniaturausgabe in unterschiedlichen Größen von sich selber. Haben Sie eine von sich auf dem Schreibtisch? Noch nicht, aber Kollegen bereits und ich kenne die Ergebnisse und das sieht durchaus akzeptabel aus. Ja, was ein weiteres Trendthema? Augmented Reality, nicht ganz neu, aber gerade durch Google Glass, das inzwischen wieder vom Markt ist, natürlich schon in aller Munde gekommen, man setzt eine Brille auf und bekommt hier oben Zusatzinformationen eingeblendet für die reale Umwelt, in der man sich bewegt. Das heißt, im touristischen Umfeld, ich bewege mich zum Beispiel am Marienplatz und bekomme Zusatzinformationen eingeblendet. Wer jetzt keine Google Glass noch hatte, denn die war offensiell ja noch gar nicht am Markt, wo sich ein richtiger Markt entwickelt hat, das war über Smartphone und ausgerüstet mit einer entsprechenden Augmented Reality App. Man war heute noch gezwungen, sein Smartphone dann sozusagen auf die Gebäude zu richten, wenn man jetzt den Tourismus nimmt und hat dann aber die Zusatzinformationen eingeblendet bekommen, wann das Gebäude, wann das Münchner Rathaus erbaut wurde und welche Informationen, welche Abteilungen es jetzt dort gibt zum Beispiel. Ja, ganz nah dran ist Virtual Reality. Da taucht man aber wirklich ab in eine virtuelle Welt. Man setzt sich eine Brille auf, die komplett wie so eine Art Taucherbrille alles abschließt hier vorne und taucht immersiv ein in eine Welt, die einen zum Beispiel an Urlaubsorte bringt, die einen Achterbahn fahren lässt, die einen auf den Berg bringt. Das ist so real, dass angenommen, man hat Höhenangst, man es dort genauso erleben wird, also sehr real und deshalb eine ganz faszinierende Technologie, die gerade sehr viele Kreative anlockt, um hier zu produzieren, denn es geht jetzt vor allem darum, entsprechende Apps auf den Markt zu bringen. Ja, aber sagen wir noch, Digital Intelligence, Big Data ist ein großes Thema natürlich. Was machen die Unternehmen, was macht Google, was macht Facebook mit den Daten? Wird auch sehr kritisch gesehen, ja. Wird sehr kritisch gesehen. Es nützt uns auf der einen Seite, das heißt, es wird uns, ich nehme ein Beispiel, Sport, Einzelhandel, es wird uns vor dem Schaufenster auf Smartphone die passenden Informationen bereitgestellt, wenn ich in letzter Zeit öfter bei Google nach Laufschuhen gesucht habe. Tja, kann das ein Zufall sein, dass genau jetzt ein Laufschuh eingeblendet wird, der in dem Einzelhandelsladen gerade ein Sonderangebot ist. Also es gibt hier die beiden Seiten, es ist bestimmt auch nochmal ein spannendes Thema, was uns in Zukunft begleiten wird. Und Robotics, gerade die kleinen Roboter, die Haushaltsroboter, die lernen, die mit Video ausgestattet, wird tatsächlich, gerade wenn man jetzt an unsere alternde Gesellschaft denkt, den älteren Leuten tatsächlich so Art Daily Helper werden können. Das wird auch nochmal ein großes Thema werden, denn da haben sich in den letzten Jahren doch die Entwicklungen rasant weiterentwickelt. Und diese kleinen Roboter, die sind schon ganz gut dabei und gut einsetzbar. Sind, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Japan schon relativ beliebt, da viel mehr im Handel als hier, viel mehr zur Normalität geworden sozusagen. Wie ist es denn, wenn man diese digitalen Trends jetzt, die Sie aufgezählt haben, betrachtet, in zehn Jahren ist das tatsächlich alles Normalität geworden in Deutschland? Ja, ich glaube, viele von diesen Trends wird man gar nicht mehr so als Trend wahrnehmen. Und das hat sich integriert, da gibt es andere Namen dafür, das hat sich weiterentwickelt. Ich nehme nur mal das Thema Virtual Reality. Auch hier findet schon jetzt die Weiterentwicklung statt in Richtung Mixed Reality. Spätestens 2017, sagt man, kommt die Microsoft HoloLens auf den Markt. Das heißt, wieder eine Brille, aber man taucht nicht ab in eine virtuelle Welt, sondern vermischt mit, was es schon bei Augmented Reality gab. Man bleibt in der realen Welt und es werden Zusatzinformationen bereitgestellt. Aber zusätzliche Möglichkeiten mit Gestensteuerung kann man dann zum Beispiel eine Couch im Raum positionieren, virtuell nur sichtbar für denjenigen, der die Brille auffahrt, aber für den bekommt es eine reale Anmutung. Also Mixed Reality wird schon jetzt 2016 ein Thema werden. Und auch hier sieht man die Weiterentwicklung. Und wenn man sich nur ein paar Zahlen anschaut für das Feld Virtual Reality. Wir hatten jetzt 2015 etwa eine Milliarde Umsatz weltweit, Dollar weltweit. 2016 sollen es vier Milliarden werden und 2018 sollte man dann fast bei zehn Milliarden sein. Also eine rasante Weiterentwicklung, die hier erwartet wird. Okay. Ja, dann sind wir da mal gespannt. Am Ende ist es aber doch so, dass natürlich irgendwo der Konsument, der Verbraucher entscheidet, was sich dann durchsetzt, was zur Normalität wird. Man beobachtet da in dem Zusammenhang schon, dass es Leute gibt, die sich durchaus skeptisch mit digitalen Innovationen auseinandersetzen. Eine Art digitale Verweigerungskultur macht sich da ein bisschen breit. Also Leute, die auf Smartphones verzichten, die sich von Facebook abmelden, die die Datensammelwut von großen Konzernen kritisieren. Und sehen Sie bei dieser gesellschaftlichen Strömung, dass die stärker wird in den nächsten Jahren? Oder wird sich das Ganze wieder abschwächen, weil doch die Annehmlichkeiten der digitalen Zeit, der digitalen Innovation einfach zu groß sind? Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass gerade im privaten Umfeld schon mehr Selbstbewusstsein entsteht, zu sagen, ich schalte jetzt das Handy auch mal aus. Und persönlich finde ich das durchaus gesund und unterstützenswert. Und Menschen sollten durchaus auch sich hier Gedanken machen um eine Art Medienkompetenz, die ich besonders wichtig finde. Auf der anderen Seite wird die Entwicklung weitergehen, werden gerade mit Augmented Reality durchaus Daten in der Öffentlichkeit wieder aufgenommen werden, wie wir es schon hatten auch. Und die Diskussion wird weiter entbrennen. Das heißt, da glaube ich, ist noch kein Ende absehbar, sondern das wird uns begleiten. Wir haben die technischen Innovationen und parallel eine Diskussion in der Gesellschaft. Und zunehmend wird der Ruf laut werden nach rechtlichen Rahmenbedingungen. Das wird deutlich zunehmen in den nächsten Jahren. Ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man sieht, wie neulich die Drohne da, wenn wir schon von digitaler Innovation sprechen, wie die Drohne da über dem Skifahrer abgestürzt ist. Vielleicht muss man da tatsächlich mal Regelungen finden. Sie haben auf Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie Ihren Zuhören, also auf den Münchner Medientagen, sowas wie eine digitale Landkarte mit auf den Weg geben wollen. Was genau heißt es? Und ist es auch eine Aufgabe für Sie als Studiendekan von dem Studiengang Digitales Management, dass die Studenten sowas am Ende des Studiums sozusagen haben? Durchaus, durchaus. Also wir haben genau dafür zum Beispiel Seminare wie Digitale Ökonomie auch mit dabei, um den Studierenden einen Überblick zu geben, was tut sich auf dem Markt. Und da sprechen wir nicht nur von Trends, digitalen Trends, sondern eben auch von Geschäftsmodellen, die sich daraus entwickeln können. Wir wollen die ja sozusagen dahin führen, dass sie in der Lage sind, die Trends zu kennen, ihr Wissen zu vernetzen, um dann daraus tragbare Geschäftsmodelle zu entwickeln. Denn genau da an Fachkräften, die das können, die ausgebildet sind, daran wird es in Zukunft immer mehr fehlen, wenn nicht jetzt genau die Ausbildung stattfindet. Und das ist im Rahmen des Studiengangs sind es dann Seminare wie Digitale Medien, Transmedia. Aber nicht nur die Trends sind es, die wir den Studierenden vermitteln, sondern eben klassische Managementausbildung mit Führung, mit internationalem Management. Das Besondere an dem Studiengang, würde ich sagen, ist die hohe Praxisorientierung. Die werden von Anfang an gefordert, in Praxisprojekten zum Großteil mit Unternehmen auch ihr Wissen anzuwenden, Geschäftsmodelle zu entwickeln und im letzten Semester eben dann auch ihren eigenen Businessplan zu entwerfen für ein Unternehmen, das tatsächlich dann starten könnte, wenn die jungen Leute das dann auch wollen. Also sehr, ich würde es mal sagen, hands-on. Das heißt, diese Absolventen, die gehen raus und die können gleich anpacken. Und gerade wenn man Businessplanung, Startup hört, da wird so ein Unternehmergeist entwickelt. Das ist so meine Hoffnung, dass am Ende jungen Unternehmer rausgehen, die mutig sind und genau die braucht die digitale Wirtschaft. Das ist wichtig für die Zukunft unseres Landes und der Welt, würde ich mal sagen. Ja, dann hoffen wir, dass unsere zukünftigen Absolventen da die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sie dann später mal auf dem Markt sich bewegen. Herr Professor Hinkhofer, das waren sehr, sehr interessante Antworten. Ich danke vielmals für dieses Gespräch und freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.